Und auch wenn es nicht das ist, was ihr hören wollt, ja, SPD-Parteivorstand hat irgendwas beschlossen, wen interessiert hat, sagt jetzt alle da draußen, ja, wir wollen mal jetzt endlich mal irgendwie reale Veränderungen sehen. Aber trotzdem, ja, gönnt mir den kleinen Essay. Wir arbeiten ja hier seit vielen Jahren an diesem Thema für euch als Interessenvertreter. Die SPD war ja schon so halb dabei, sag ich mal, aber eben noch nicht ganz, jedenfalls nicht auf Bundesebene. Der Prozess innerhalb der SPD hat angefangen 2015, da hat nämlich der Landesverband Bayern die Legalisierung beschlossen. Und mit den Jahren tröpfelten halt welche dazu. So, und jetzt kommt dieser Vorstandsbeschluss der SPD, wo ganz klar drinsteht, die SPD will Cannabis legalisieren. Insofern ist es für mich ein Meilenstein, ja, in der Arbeit, ne, so dieser erste Impuls von 2015 kam gestern zu einem Ende, zum endgültigen Ziel, SPD beschließt Legalisierung von Cannabis. Das war nicht um Parteitag, immer als Parteiprogramm und so weiter, aber ein Vorstandsbeschluss, dass sich das schon auch gelten, der sehr klar sich positiv zur vollständigen Marktregulierung äußert.